Der tägliche Blick hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele wird Ihnen präsentiert von Meisels Weiße. Mach's auf deine Weise. Der Plan ist jetzt, wir machen jetzt einmal ab eurem Auftritt mit kompletter Prügelszene ohne Farbeinsatz und machen dann nochmal ab Serenade mit allem mitpanschen und bitte auch der trockene Durchgang ohne Perückenwerfen, ohne Reklamwerfen, weil man da einfach ein bisschen Zeit sparen dann beim Aufräumen, markiert das dann einfach. Wir sind die Lehrbuben. Im Probenkostüm. Ja, das ist nicht so. Sehr gut, sehr gut. Eine Kleinigkeit hätte ich noch. Bitte achtet beim Auftritt drauf, dass die Schrift der Kempelslosen nach vorne zeigt. Da kannst du eine kleine Prise Al Capone so drüber schreuen, dass das mal etwas so verspürt, okay, da ist schon auch eine echt geladene Stimmung von deiner Seite aus. Manche Sachen kannst du so ein bisschen pointierter setzen, aber das glaube ich jetzt. Ich war jetzt nicht so ganz auf Hochspannung. Und warum nicht? Unprofessionell? Ja, genau. Wir gehen jetzt bitte nochmal auf Auftritt und machen das Ganze ab der letzten Stufe Beckmesser, letzte Stufe Beckmesser nochmal mit Sauerlein. Wir gehen jetzt bitte nochmal mit Sauerlein. Wir gehen jetzt bitte nochmal mit Sauerlein. Wir gehen jetzt bitte�로! Wir gehen jetzt bitte auf weiter! Ja, wir gehen! Wenn Herr Bes待って, ist Herr Sch�ph이�ously klar! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020